So Leute, da sind wir nach ein paar Wochen Ja, inzwischen sind's ein paar Wochen Ähm, sind wir wieder zurück bei, äh, bei Mietekraft FTB Nee, komm her, ich hau dich Schade, ich dachte du wärst noch auf der Mauer So, ähm, irgendwas ist gerade bei dir kaputt gegangen Oh, deine Schuhe Jawohl Das ist ja wieder der Brand Ja, Hammer, Hammer Ähm, ja, was wir für diese Aufnahmesession vorhaben Ist bei mir, ich werde, äh, ein bisschen weiter in Thumbcraft machen Ja, das ist so das Hauptsache bei mir Und ich kann mal hier hingucken Ja, und ich hatte mir überlegt, ich wollte, ähm, ein bisschen Farmen noch gehen Weil wir hatten ja unten die schöne Mine Hatten wir ja entdeckt Da wo die Turtle war Und zum anderen wollte ich, äh, hatten wir uns zusammen überlegt, muss man ja auch dazu sagen, die Query Von da hinten wegzuholen Und hierhin auf unterirdisch aufzubauen, äh, um halt dann, ähm, und dafür wollte ich dann, äh, low voltage solar panel bauen Und dafür müssen wir halt auch noch Farmen, weil da reichen unsere Sachen nicht ganz für, wir haben Einzigste, was wir viel haben, ist Eisen Ja, ist doch nicht schlecht Haben wir noch, äh, ähm, Koffer brauchen wir dringend Sin brauchen wir dringend Ja, guck mal hinten hin, die Dinger ist ja durchgelaufen, die, äh, genau, genau das meinte ich Na, 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 na Da war drin, nein Aber da, auf der anderen Seite Ja, hier haben wir noch Zinn, ja Iron und Gold Ja, gut, immerhin schon mal etwas Scheinlich kein Obsidian mehr Ich weiß nicht, ob das reichen wird Auf jeden Fall Werde ich mich jetzt, äh, halt erquitten Weißt du, wo wir noch Obsidian haben? Ähm, du, kann ich dir grad gar nicht sagen, aber ich kann eben nachgucken Ich hab, glaub ich, hier unten, hatte ich was abgebaut Aber da dürfte nichts mehr sein Hm, mag Obsidian haben Mag Longfool Guts haben Hier ist noch meine alte Diamond Spitzhacke Aber, ja, das war das Zeug, was ich letztes Mal noch im Inventar zum Teil hatte Hm Pipes, ja Ne, Pipes hatte ich keine, die war so dann noch dran wir hatten hier glaube ich beide einfach rein geschmissen glaube ich auch aber obsidieren haben wir keins mehr ich habe jetzt ganz gesehen dann werde ich das mal gerade schnell suchen da irgendwo lava haben hier schnell in der umgebung irgendwo wo ist unsere turtle da hinten gab es ist auch la war so weit wie ich mich erinnert passt mir sogar gut ich wollte die weg machen ja ich hätte mir vielleicht schwert mitnehmen sagen ich glaube da mir ja gerade meine rüstung abhanden gekommen ist aber mir fehlt gefällt gerade noch was anderes ein weil ich mal gucken wollte hoch long fall boots genau die wollte ich auch noch machen da brauchen auch ein obsidian zwei diamanten also vier diamanten also insgesamt brauchen wir wenn wir beide 8 diamanten hier obsidian und eisen aber davon haben wir genug das einzige wovon wir genug haben hier ist noch ein diamond sport das wort ja ich habe jetzt ein eisenschwert wenn du das ich habe ja schon eins im inventar ja dann gibt mir das er hat nur beide 1 bestimmt noch gott das ist schon so lange her das ist doch da in der oberen kiste ok würde ich gerne mitnehmen würde zu sagen um mal wenigstens irgendwie ein bisschen schutz zu haben was auch was länger hält glaube ich wenn man gerade aus unserer kiste und kann jetzt keine schuhe zu machen für eine hose diamanten war es ich habe mir gerade aus eisen ohne eine hose gemacht und er verschwendet unsere diamanten wenn ich sterbe dann muss es sich lohnen oder solch eine brustplatte die wir machen ich glaube die bringt mehr schutz wobei ich bin doch an warum willst du longfall boots haben ja also die schuhe will ich auch geben die longfall boots weil weil jetpack und eisenbrust panzer ist ja ein bisschen schlecht ja ja klar aber dann oder nimmst du da jetpack und dann ist gut dann gucken wir dass wir demnächst mal nach dem park zusammenkriegen und was ich noch vor habe ist dann ein mace raid mace raider extractor extractor natürlich extractor zu bauen damit wir noch ein bisschen mehr an gummi rankommen wir verbrauchen zu zweit ganz schön viel gummi in dieser welt verbrennt allesamt verbrennt ist das so und jetzt wollte ich ja noch mal gut erst mal zumindest so lange wir noch keine longfall boots haben nämlich eisenschuhe so jetzt mal gerade gucken hier runter geht und den hier vielleicht mal aber was ich machen machen werde bevor ich dann wirklich da jetzt runter geht zum miet da ist wirklich aber aber es bringt mir ja nur das wort raus wo ja die source blöcke dann könnte aber auch was da sein ich weiß es halt nicht genau du noch irgendwo seide ja ich glaube nicht und seide irgendwie herstellen aus irgendwelchen sachen hallo wasser hallo busch spring ich habe noch einen eisenbusch cotton ja eine mace raider aus einem wolle kriege ich ein string ja voll ist das nicht irgendwie kontraproduktiv irgendwie schon da mal gerade so wie komme ich jetzt warum ist hier ein licht ach fackeln so viel creeper sollte auch nachdenken bevor man losstürmt jetzt sollte man zumindest mitnehmen wow drei creeper und der eine bringt die anderen um das ist cool passt auch unsere turtle ist auch noch da unten ach jetzt habe ich mich schon verlaufen ne da muss ich hin so ich muss halt nur irgendwie da hinten in die Leibaren die diamond spitzsäcke hast du jetzt mitgenommen ne ja ok alle hopp ich glaube ich sehe da ein paar diamanten ich hatte nämlich eigentlich vor wenn ich da runter gehe dann noch ein paar ein, zwei Rucksäcke zu machen aber wir haben nicht genug seite so wo kriege ich jetzt hier den sourceblock oh Gott den sourceblock von diesem Lavasee ist das der da? das ist der in der Wand dann das ist der sourceblock na 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 ich sollte auch mal weitermachen anstatt bei jeder Monitor zu gucken ja wäre vielleicht intelligent intelligent und so äh bringe Fackeln mit ähm ja das wäre vorteilhaft hey hier haben wir noch eine Schlucht in der Gegend also sehe ich gerade auf der Minimap auf der Minimap Minimap so hier sind noch weitere Büsche wenn ich jetzt nochmal wüsste wo ich eben da was habe ich? ich habe Zinnbüsche ähm wir haben äh hier in der Gegend dann ist das da alles diese aus diesem einen sourceblock? ja ach du scheiße das ist alles da sich schön verteilt nee guck mal hier kommt es ja rund pfff stylisch ja ja nee ich vermute da oben ist noch irgendwas irgendein sourceblock da ist noch ein sourceblock da ist noch ein sourceblock da fackeln siehst du? sourceblock ach bin ich doof bitte bitte wofür? wollten wir eigentlich doch ein paar Spitzhacken machen schaufeln und sowas und mach dann alle Sticks die ich hatte so ähm wow das war wirklich alles ein sourceblock krass geil okay mal gucken wir uns davon noch was übrig bleibt ähm bisschen noch was naja die wand geht jetzt auch weg warte mal hinten waren noch irgendwo genau rails und wo rails sind da sind irgendwann irgendwo auch fackeln so ich bin aufm weg auch nee es ist nicht weil du aufm weg bist sondern weil doof ja ja würde ich jetzt auch sagen uah uah geschafft soo und jetzt müsste hier doch irgendwo eine viertel sein viertel ach hast du grad die Lava abgemacht ja mal guck mal da unten ist ein Spawner wuss du du ok was für ein Spawner äh werde ich jetzt gleich feststellen äh zombie ok und ja die haben acht stück oder so krass aua 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 sterb 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 hier ist ein minecart warum steht hier minecart rum ähm das sind die ersatzkisten wow cool was hast du drin gehabt äh force gem eigentlich total unnötiges zeug aber ich hab ja schon minecraften so dass ich gewisse und ich hab hier was viel wichtiger ist einen weiteren sourceblock für Lava aua 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 das aua ab wo sie mich noch gar nicht getroffen haben ist ja wieder typisch so dann hab ich das vierte Opsi wenn ich jetzt noch ein Opsi finde kann ich uns die wir haben hier in der Kiste fünfmal Copper Iron und Sattel hey hey cool zwei mal das ist cool ein Bucket und ein Brot ich hab noch viele weitere Büsche gehört gefunden und es waren zwölf Diamanten wow hier in der Ecke hmmm ich muss diese eine Fackel immer wieder aufsangeln und sie weiter benutzen da oben ist unsere Kiste da oben ist unsere Kiste unsere Wollenkiste komm ich hier wo komm ich hier wo komm ich hier warum ist hier Licht Viertel ah fucker hi ich seh dich ähm achte ist hier irgendwo noch Lava keine Ahnung muss man vielleicht die Gänge ein bisschen weiter durchlaufen ich seh da hinten was Minimap OP ja aber direkt mal aussortieren sonst wartet gleich mit sammeln hallo hallo ja hör auf hier ist noch weiteres Zinn Zinn ist auch mal wichtig ha ha gefunden den Schweinesattel brauchen wir nicht unbedingt hier brauche ich auch nicht direkt Köpfen nehme ich mit brauche ich nicht ne also also Sattel brauche ich nicht aber den Kopf den nehme ich mir mit ja die müssen das ist doch auf unsere Trophäe Trophäen auch ja das stimmt so ich habe unseren OPS unsere 4 OPSI für die Longfull Boots dann mache ich die uns beiden gerade mal ja Diamanten müssten noch genug da sein glaube ich ansonsten habe ich wie gesagt noch 12 Stücke hier die kann ich dir jetzt mitgeben ich muss essen 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 hast du nichts mit irgendwie ist das gerade ziemlich leise bis nicht mehr hörbar ok doch ich habe Essen mit hier warte ich gebe dir die 12 Diamanten mit was ein Tausch so und dann würde ich sagen fahren wir mal los ja ja das ist das ist